hey leute heute in diesem youtube video nehme ich euch mit in ein vergangenes shooting von mir was in duisburg im landschaftspark stattgefunden hat und ja ich würde mal sagen wir gucken mal was wir aus dem videomaterial zaubern können das ist das erste mal dass ich jetzt mit da vinci results arbeite und ja bin schon ein wenig ja sagen wir mal so mit adobe war es etwas einfacher fand ich weil es da meiner meinung nach viel mehr tutorials gab die man auch besser verstanden hat fand ich weiß nicht vielleicht auch einfach nur weil ich damit angefangen habe fand ich es einfacher ich kann es echt nicht sagen aber wir fuchsen uns so nach und nach in davinci resolve rein und ja ich hoffe mal dass wir da ein paar coole sachen mit hinbekommen auch zusammen also ich bastel ihr guckt euch das an und ja ich würde sagen euch viel spaß beim video und jetzt film ab so Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020